Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz klitzekleinen Info-Video. Und zwar haben wir uns jetzt mal einen Upload-Plan ausgedacht. Und den werdet ihr dann auch im Laufe des Videos nochmal so eingeblendet sehen. Also dann immer, wenn wir was gesagt haben, kommt das eingeblendet und so. Und der steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ja, David, dann fang doch mal an. Was kommt denn die Woche über? Ja, also jeden Tag, so von Montag bis Sonntag, jeden Tag eine Folge Attack of the Beauty. Genau, denn das funktioniert endlich wieder. Wir haben es endlich hinbekommen, dass es jetzt wieder funktioniert. Wir haben zwar nichts gemacht, aber trotzdem. Genau, außerdem kommt zusätzlich noch montags eine kleine Minigame-Runde. Oder ja, es gibt ja schon auf dem Kanal jetzt irgendwie zum Beispiel Conquest oder halt irgendwie sowas. Kommt montags. Dienstags kommt nichts weiteres, kein zweites Video. Mittwoch halten wir mal frei für irgendwas. Zum Beispiel, falls wir es endlich mal wieder schaffen, eine Folge Multiplay aufzunehmen. Kommt dann die am Mittwoch. Oder auch sowas wie zum Beispiel jetzt dieses Race for the Bull-Event. Und das würde dann auch mittwochs kommen. Ja, Donnerstag ist wieder ein Tag, wo nur Attack of the Beauty kommt. Freitag kommt das neue Projekt, was dann nächste Woche anfangen wird. Werdet ihr dann sehen. Und das wird dann halt jede Woche freitags kommen. Samstags wieder nur Attack of the Beauty. Mit ihm und Sonntag dann noch eine kleine Mod-Vorstellung. Ja. Das war der Upload-Plan. Und ja, mehr wollten wir eigentlich gar nicht sagen. Im Hintergrund habt ihr irgendein Gameplay gesehen. Glaube ich. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.